hallo leute willkommen zurück zu let's play i wanna be the guy und es geht endlich weiter mit neuen pc und alten hoffnungen problemen naja hoffen das beste und den fels geht es auch weiter ich habe es vorausgesehen das konnte jeder voraussehen aber nicht dass du gleich im ersten schlachtel landest doch auch das konnte ich voraussehen ich hätte mir etwas zum kommentieren und hier soll er bei dem boss wird sicher einige parts geben die genau gleich aussehen ich hoffe man nicht es hat die späße an sich dass das immer irgendwo gleich aussieht weiß immer gleich ist so im grundsügen naja ist nicht bei allen spielern und so post post nach wie ich das vermisst und der und schilder zu stichers begleiten ist du musst das ja nicht spielen nicht mehr die was für mich strafe zu spielen muss und in der nächsten mal erst mal schauen ich glaube selbst beim ersten hast du nicht so viele probleme gehabt so will ich nicht aber 2.700 wurde sind doch ein bisschen viel ich hänge locker meine null dahinten dran das wird sich nicht ganz ausgehen aber 8.000 9.000 ist schon schafft das war gleich das erste mal dass ich auf mother brain mit aufnahmen geschossen habe ja wenn man da hinten durch kommt muss man ein glas anschließen und dann nur noch vollgas geben sofern die roten lollipops einlösen höll-goppen-lollipops ja was sind das denn sonst schon unfair genug dass sie einen überhaupt töten können bis zu Süßigkeiten zufrieden oder sowas in der Art so halbwegs wer ist das nicht nur komische Leute nun ja stimmt ein aber Süßigkeiten sind einfach zu süß so gesprungen manchmal hätte es richtig lust dass ich zu dir komme und die beim spiel helfe das wird aber jeder sofort merken ja aber dann gäbe es nicht zu viele parts die man eigentlich vermeiden kann aber wenn plötzlich da wie so ein Weltmeister dadurch gehe dann das ist noch schafft nur in Videoform ja schon aber da können wir dazwischen Parfaits reinmachen so in den Reihen ist eine Kunst ja der ist echt gar nicht so einfach weil selbst wenn man nur nach rechts drückt trifft man ihn normalerweise nicht aber solange ich daran sterben kann schaffe ich es auch also wenn du das Spiel durch hast hast du sicher einen Weltrekord an den meisten verschiedenen Sachen gestorben die es gibt so hier durch ich hoffe mal nicht ja wenn ich da nicht direkt drauf komme habe ich total das Timing nicht mehr raus und sterbe sonst ist der Raum hier echt einfach ich meine hier kann nicht all zu viel passieren es gibt allgemein im Spiel vielleicht vier oder fünf schwere Räume naja aber der zweite Teil also dieser Teil ist schon sehr viel schwerer als der Teil davor ja das stimmt das kann man auch eigentlich bezweifeln ich meine dieser Raum man kann natürlich trotzdem drin sterben vor allem ich kann trotzdem drin sterben aber der ist so ein bisschen wie Bowser und Ward die nach einer Zeit auch einfach nur Pflichtaufgabe sind sagen wir mal so die töten einen sogar öfter wenn man sich dafür konzentrieren kann weil es zu langweilig ist das ist gut so hoch gesprungen 2 1 unnötig 1 3 3 3 muss du auch das ist gut für sie sind mich wundert überhaupt dass man auch bei diesen Schranken auf der Kante springen bestehen darf naja es war ja nicht unendlich da war wieder dieser weil das ja immer noch vorm tastenemulator kommt dass ich mich in die falsche richtung gedreht haben auf einmal war ich dann zu nah dran ich werde wenn ich jetzt einfach mit der geile spielen würde ich total schlecht sein ich würde sicher das spiel nicht unter zehnmal sterben schaffen voll schlecht also das ist ja unvorstellbar dass man so oft hier drin sterben könnte was ich bin an jedem einzelnen stacheln öfter gestorben das kann ich nachholen absichtlich zählen bei mir wird es nicht mal absichtlich rüberkommen was ich schon bei den zweiten sprung nicht gemacht also ich glaube du bist du über die Kante gelaufen dabei bin ich eigentlich ziemlich gesprungen naja das spiel braucht solche unfairen mittel damit sie mich aufhalten kann heute ist nicht der 1. april vergisst es nicht heute ist nicht der 1. april vergisst es nicht sonst hätte ich ein paar mehr rausbekommen aber ich wäre von euch trotzdem gestorben trotzdem das war du könntest auf die teile schießen die auf dich zukommen ja nicht in dem winkel ich meine die kommen fast senkrecht von oben naja nicht alle nicht alle aber die die mich töten manchmal ja aber wenn du in weniger da sind desto leichter kannst du eventuell ausweichen ich meine diese pure theorie was das hat mich doch nicht getroffen nein doch ich hab's gesehen ich bin der Schiedsrichter du hast hier zwei fps du hast nichts zu sehen äh ich hab's ich hab's trotzdem gesehen es war genau dieser Frame da ja das glaubst du auch selber nicht doch das nächste mal mache ich Screen recording und dann schicke ich dir das Video wobei das eher eine Slideshow ist aber was wie hab ich diesen riesige Öffnung nicht erwischt ich hab nach links gedrückt und gegen das drücken kannst du nicht mehr was sagen stimmt warte ich artisch so schnell meine Kamera die in deinem Zimmer ist dann seh ich deine Hände auch wieder besser haha 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 der Stachel war cool Man hat's doch nicht vor dem Bostrischaffen. das okay das hat er jetzt extrem ja dann bin ich dazu spät zurückgegangen ich bringe es genau wenn das Teil auf dich schießt das hat Style muss ich denn lassen wenn ich schon nicht mit Skill hier durchgeht dann wenigstens mit Style was mit Style sterben cooles deutsch Style sterben vor der Leih okay jetzt konzentriere ich mich nochmal und sag dann einen echten Satz Style sterben vor der Leih NEIN das war doch auch mit Style gestorben so in der 0815 Pralle ach ich bin so blöd ich konzentriere mich extra dass ich den Satz normal sag und dann fail ich erst recht naja da das hier sowieso nur ums failen geht das ist gut rein boah das Teil etwas weiter rechts ja ja ich werde die Aufnahmen jetzt beenden und in regelmäßigen Abständen neu starten und dann den Part wo das ganze drin ist weiter nehmen oder so also alles aufgenommen aber nicht alles gezeigt dann kann ich das nachher leichter cutten wenn ich jetzt so ein paar vorgegebene Cuts mache darum sieht man sich gleich so aber wir kommentieren natürlich trotzdem weiter jo sofern uns der Text nicht ausgeht das der Text wird uns ausgehen aber er ist uns eigentlich schon ausgegangen wir labern nur mehr er war nie da doch da war in den ersten fünf Minuten und so weiter länger sollte man auch nicht brauchen um eine Stelle zu schaffen was glaubst du wie lange der Kampf gegen so geil gedauert mhm für diese Länge ist noch keine Zahl erfunden worden bitte versuchen wir es in zwei Jahren noch einmal das wäre so die ideale Fehlermeldung würde ich mal sagen Runtime Error unendlich naja also vier Stunden würde ich ist so eine erste Schätzung vier Stunden bis zum ersten Mal den ersten Teil von Geisha ja im ersten Teil werde ich schnell schaffen also in einer Stunde oder so ja da übst du heimlich vorher so schwer sieht der erste Teil finde ich nie aus sieht auch nicht schwer aus nur man muss sich einfach die ganze Zeit konzentrieren und man muss ahja stimmt was der Rapid Fire du brauchst ja nichts zu spammen hehehe die da das äh reduziert die benötigte Zeit um den Faktor 4 mindestens von daher das mindestens ist wohl eher als das 4 so schnell wie du spammst glaub ich Faktor 10 naja mal sehen in etwa bis viertel hab ich Zeit dann muss ich wieder weiter lernen ich hab morgens rechtliche deutsche Arbeit bis wann? bis viertel noch also 15 Minuten kann ich zickern noch ja sie zu dass du den Boss schaffst nein da kam der Schuss Luftsprung ja dazu müsste ich sie erstmal sehen ich sehe sie zu spät mach gerne Luftschwung treffen sie dich auch nicht außer wenn du halt direkt unter ihnen bist dann soll ich sie nicht unterlassen ich hab eher das Gefühl ich würde in Sachen reinspringen dann außerdem irgendwie springst du mit Luftsprünge nichts an ja feldig ja 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 und und durch mich jetzt muss es an richtig Na gut, machen wir hier erstmal wieder den Cut. Weiter geht's. So, gerade eben auch meinen ersten Crash gehabt. Ne, zweiten. Ich hatte zwischendurch doch auch einmal, weil ich vergessen habe, in den Kompatibilitätsmodus zu stellen. Wann hattest du deinen ersten? Irgendwann hatte ich mal einen, obwohl ich es drin hatte, da ist das Spiel auch gecrashed. Ja, da habe ich zu viel mal in einer Sekunde gestorben, das war zu viel. Gott, irgendwie waren da mehr als sonst. Und... Hmm... Easy. Da war auf einmal alles voll, anlassvoll als sonst. Kaum startet man das Spiel neu, ist alles wieder anders und man muss neu lernen, das ist nervig. Musst du ausreichen? Glaubst du, ich kann mich auf mehr als ein halbes Objekt gleichzeitig konzentrieren? Das hättest du dir überlegen, bis du mir vorst, dass du das Spiel anfängst. Yes, yes, yes! Nein! Das ging plötzlich schnell, oder? Booyah! Ah! 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 Okay, das hätte ich dir nicht zu getraut. Danke! Gerne! Ah, Gott! Ich glaube, das bisschen du raufgehst noch mal. Okay. Ach ja, das fiel der... also, jetzt geh mal rechts runter. Ich war halt jetzt... ich wollte direkt ausweichen. Äh, jetzt sieht so aus, als würde es in der Luft stehen. Hä? Ach so, ja, ich glaube, hier ist der Bohr noch ein bisschen schwarz. Ich gebe dir einen Tipp, du solltest dir zu viel Zeit verspenden. Naja, ich spüre gerade eh nur rum, weil ich jetzt gleich den Part beenden werde. Also, ich würde mal sagen, du springst nochmal rauf dann, wenn du das nächste Mal reloadest. Und wo hoch? Da, wo der Boss war. Da komme ich doch gar nicht hoch. Normalerweise müsste man, glaube ich, wieder rauf können. Naja, äh... Gut, Mother Brain ist da, aber... wie soll ich da jetzt hochkommen? Naja, darum geht es nicht. Es ist nur lustig, dass der Boss wieder da ist, obwohl ich eigentlich würde das... Äh, wohl wahr. Naja... Mann, ich hab Mother Brain geschafft, relativ schnell jetzt sogar, und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut! Hi Leute!